Florens in Bereisen verrät, dass Helena ein besonderer Gast bei seiner und Beatrice Eglis Hochzeit sein wird. Willkommen auf dem Kanal mit freundlicher Genehmigung von Prominenten. Klicken Sie auf die Schandfläche abonnieren, um die neuesten Nachrichten von uns zu erhandeln. Hochzeiten sind eines der wichtigsten Ereignisse im Leben eines jeden Menschen. Und wenn sich ein berühmter Star wie Florens in Bereisen auf seinen glücklichen Tag vorbereitet, kann die Unterhandlungswelt nicht anders, als aufgeregt zu sein. Florens in Bereisen, eines der prominenten Gesichter der deutschen Unterhandlungsindustrie, hat die aufregende Nachricht bekannt gegeben, dass seine enge Freundin Helena Fischer der besondere Gast bei seiner und Beatrice Hochzeit sein wird. Eglis, das war eine angenehme Überraschung und erregte große Aufmerksamkeit bei Medien und Fans. Florens in Bereisen und Helena Fischer sind zwei der großen Stars der deutschen Musikbranche. Die beiden pflegen seit vielen Jahren eine enge Beziehung und arbeiten oft bei TV-Shows und Musikveranstaltungen zusammen. Diese Beziehung ist nicht nur in der Musik, sondern auch im Privatleben stark. Die Enthüllung, dass Helena Fischer der besondere Gast bei der Hochzeit von Florens in Bereisen und Beatrice Eckli sein wird, hat viele Menschen überrascht und aufgeregt. Helena Fischer ist eine der berühmtesten und beliebtesten Künstlerinnen Deutschlands und ihr Auftritt bei der Hochzeit von Florens und Beatrice war nicht nur ein unvergessliches Ereignis, sondern auch ein Beweis für ihre geschätzte Freundschaft zwischen ihnen. Florens in Bereisen teilte in einem Fernsehinterview Informationen über die Einladung von Helena Fischer mit. Er verrät, dass Helena die Einladung angenommen hatte und bei seiner und Beatrice Hochzeit anwesend sein würde. Dieses Teilen sorgte bei den Fans aller drei Besonnen für große Aufregung und wurde zu einem heißen Diskussionsthema in der Unterhandlungsgemeinschaft. Der Auftritt von Helena Fischer bei der Hochzeit war nicht nur eine persönliche Note, sondern auch Teil eines besonderen Konzerts. Florens in Bereisen und Helena Fischer sind häufig zusammen aufgetreten und haben viele berühmte gemeinsame Hits gelandet. Einige Lieder wie »Von hier bis unendlich« und »Nur mit dir« wurden zu Symbolen ihrer Freundschaft und Kameradschaft als Sänger. Die Hochzeit von Florens in Bereisen und Beatrice Eckley erregte durch dieses besondere Konzert die Aufmerksamkeit vieler Menschen. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Familienereignis, sondern auch um ein musikalisches Großereignis mit der Beteiligungsweihe der besten Sänger Deutschlands. Helena Fischer und Florens in Bereisen werden bei dieser Trauung ihre Zuneigung und enge Freundschaft durch die Musik zum Ausdruck bringen, was viele Menschen kaum erwarten lässt, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. Neben dem besonderen Konzert wurde auch die Hochzeit von Florens in Bereisen und Beatrice Eckley sorgfältig und emotional vorbereitet. Es wird erwartet, dass eine große Beteiligung von Familie, Freunden und Verwandten an einem gemütlichen und romantischen Ort stattfindet.